Tag 6, heute Morgen aufgestanden, im Frühstück kamen wir rausgelaufen, wir haben ein Padelei getrunken, heute war der Tag, wo wir in den Universal Studios sind. Wir waren schon ziemlich früh hier, am 4.10 Uhr, und hatten den ganzen Tag Express-Bass, das heisst Unlimited Express, wir wollten jede Bahn mehrmals machen. Es war ganz, ganz lässig. Jetzt sind wir im Babagam, essen jetzt noch etwas und trinken seriös immer Sien-Eistee und sagen Tschaui! Wir sind im Babagam, wir sind im Babagam, wir sind im Babagam, eine Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018